Was? Ich wollte Lissandra nicht! Vorhin wolltest du nicht. Ich wollte Varus. Varus mit dem Tag-Speed-Item. Bester Anfang ever. Was soll ich denn jetzt mit der scheiß Lissandra mit der blöden Bratpfanne? Alter, ich verliere mit der Lissandra fast. Krass. Eigentlich will ich alle drei Charaktere nicht, die ich hier auf dem Felder habe. Eigentlich will ich was ganz anderes bauen. Saki Saki. Ich bin schon wieder unzufrieden mit allem. Ja, frag mich mal. Ich kriege ja nur Kacke. Nichts von dem, was ich annähernd haben will. Ah, jetzt habe ich ihm das falsche Item gegeben. Ach, damn it, ey. Äh, jetzt schon 2-2, ey. Das kann ja gar nichts werden. Ich wollte ihm nicht das Item geben. Da hätte ich mir sogar eins gewonnen noch hier. Dammit, dammit, dammit. Schnell. Den will ich noch haben. What the shit? Casino Locos. What? Casino? Vielen Dank für das Foto. What the shit? Danke, boy. Nice, nice. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank von der Foto. Damn. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich hier gerade zusammenbaue. Absolut nicht zufrieden. One in life. One in life. Bringt's Runans auf Graves. Der ist ja, also, in einem eigentlichen Spiel zählt der ja nicht als, als, ähm, Feinkampfdinger, oder? Bringt was auf was? Hey, X-Track. Runans auf Graves. Ah, fuck die Tristana. Ich will aber check, dass ich jetzt schon wieder 4 haben kann. Ich glaube, das bringt's nicht Runans auf den. Nee, nicht wirklich, der macht ja keinen Autotext. Also, ich glaube, er schießt anstatt drei Dingern in 5, kann das sein? Oder schießt er immer 5? Weiß es nicht. Ach, ich glaube, ist das nicht im normalen LoL-Zo-Go auch so? Weil ich weiß, ach, ich weiß es noch nicht genau. Weiß ich auch nicht genau, bin ich überfragen, muss ich sagen. Den bräuchte nach den hier. Ich weiß, worauf ich ihn auswählen, aber ich weiß nicht, ob es was wird. Du gehst für Ranger? Ja, ich will mal eine Ranger-Eiswegen-Ritter-Kormo versuchen. Okay, hört sich ausgefallen. Mit Phantom noch dazu, ja. Also die vier Dinger will ich haben. Vier Eiswiesen, zwei Ritter, vier Bogenschützen, zwei Phantom. Das ist das Ziel. Aber ich weiß nicht, ob es was wird. Weil bisher sehe ich nicht, dass es was wird, aber whatever. Oh, der Level 2 Cast Six wird auf jeden Fall meine Backline ja mega auseinandernehmen. Komm schon, Garen, töt ihn. Oh, komm schon, töt noch den Cast Six. Nein, warum frostest du? Ja, okay, war gut. Alter, so, Ash, gib alles. Jawohl, Ash, frieh, nein. Gib ihm halt. Jawohl, nochmal gefordert. Nice, holy shit, gewinn das. Frieh, nein, frieh, nein. Und schon, ulti. You must be killing me, dass ich das gewonnen habe. 20% er fühlt sich auch hart verarscht. Witzig. Ah, gut, dass ich auf den Typen gehe, der ein scheiß GA hat. Du wartest nur auf mich. Holy shit, Sinky Boy, was geht bei dir denn ab? Was hast du da als Verstande, dass du mich, na gut, du bist Level 6, was ist bei dir denn los, Alter? Warum bist du Level 6? Du musst investieren, um zu gewinnen. Okay. Ich brauche noch ein Eiswesen und unbedingt den vierten Bogenschützen. Wir machen wahrscheinlich auf jeden Fall noch eins. Ich denke schon, ja, also ich auf jeden Fall. Der andere wahrscheinlich auch. Ja, kannst gerne, kannst gerne mitspielen, Boy. Leno, auch wieder Assassinen hier. Warum spielen die alle mit Assassinen hier gerade? Was soll das? Es ist schlecht, wenn ich einen Bogenschütz ein Bild machen will hier, wenn die alle Assassinen spielen. Komm schon, ich kann nicht noch gewinnen. Nice, 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 nice. So, was haben wir hier? Das brauche ich nicht unbedingt. Dann tauschen wir den mal, würde ich sagen. Jetzt habe ich auf die Wayne das Item gekippt, Alter. Ich wollte es daneben ziehen. Are you kidding me? Dann kann ich sie auch tauschen. Damn it! Das sieht gar nicht mal so gut aus. Jetzt habe ich auf einer Level 2er Wayne, mit einem scheiß Magieresistenz-Item. Hi, X-Ray. Hallo. Oh, war es mit Phantom Dancer? Ist ja mal interessant. Holy shit. Aber du machst mich nass. Nö. Obwohl, nee, doch nicht. Das egal, ey. Ich brauche unbedingt... Hm. Na gut, ich muss... Auf der anderen Seite muss ich auch sparen. Oh shit. Ich weiß, was ich brauche. Oh shit, oh shit. Ich denke nicht, dass ich es kriegen werde, oder? Fuck, ey. Er nimmt Kindred. Das wäre es gewesen, wenn ich den Kind jetzt hätte. Jetzt ist da halt gar nichts bei, was ich brauche. Oh shit, ich weiß nicht, was ich brauche. Kindred, das wäre es gewesen. Ah, der hätte ich Phantom gehabt und den vierten Bogenschützen. Damn it. Oh, das ist Nummer 1. Das ist ein ganz weirder Typ. Das ist jemand Nummer 1, hat nur 5 Champs. Hat nur ein einziges Item, nee, zwei Altenstar. Aber der gewinnt irgendwie anscheinend ja jedes Welt hier. Ich verstehe nicht, warum. Ah, das wird er nicht gewinnen diesmal. Ah, wie war der die scheiß Ash Level 2, die ich brauche. Oh, da gewinnt er doch noch. Ey, das gewinnt er nicht, oder? Ah, das kann er nicht mehr gewinnen. Okay, jetzt hat er zumindest mal verloren. Sehr nice, sehr nice. Ah, endlich. Ah, das ist auch gut. Das waren zwei gute Rolls auf jeden Fall. Okay, das oder das mache ich. Okay, ich weiß, zwei Möglichkeiten habe ich was zu reparieren noch. Na, gucken. Oh, wieder der Typ hier. Assassinenbild auf jeden Fall. Der geht ganz gut auf, gegen mich, zumindest bisher. Holy shit. All der Schwede, der macht mich auch richtig kaputt. Obwohl der ein Charakter weniger hat, ne? Okay, ich muss auf jeden Fall irgendwas ändern. Irgendwas muss ich ändern. Keiner rausgeflogen bisher, aber X-Wag auf Last Position. Oh, aber ich bin eben, holy shit. Das war knapp. Da ist er, den ich haben will. So, was nehme ich denn jetzt raus? Fuck my life. Fuck, nicht mehr umgestellt. Jetzt will ich auf jeden Fall. Wenn ich das jetzt gewinne, dann ist es pures Luck. Leicht. Ja, dass ich das gewinne, obwohl ich Dings nicht drin hatte. No. Das war kacke. So, jetzt aber. So, jetzt habe ich nämlich einen Dreier Wayne. Dann nehme ich den jetzt noch rein. Dann habe ich das den Buff, den Buff. Dann brauche ich noch den Bogenschützen. Wäre der Varus. Dafür muss ich auf 8 gehen. Das passt nicht. Oder ich nehme irgendeinen raus. Brauche ich dich leben, scheiß, aber. Oh, ho, 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 ho. Okay, der macht mich krass kaputt. Okay, ich muss auf jeden Fall meine Eines nutzen. Das bringt nichts. Den Lebensgürtel hätte ich noch. Den brauche ich noch. Das heißt, die beiden kann ich nutzen. Da fehlt mir zu viel. Da fehlt mir zu viel. Ich möchte den Garen rausnehmen. Den Varus dafür rein. D-Boni, D-Boni. Ich habe nicht mehr die Ritterboni. Muss ich eigentlich drin haben, oder? Dafür brauche ich einen XP. Dammit! So, das wollte ich darauf haben. Doch, nicht der schon wieder. Le Pogas. Oh, was hat der? Hat der Yordler? Ne, was hat denn der da? Keine Ahnung, kann ich nicht mehr sagen. Hallo, greif doch an. Warum greifst du jetzt? Also, die vier Bogenschützen gehen auf jeden Fall ab. Ich glaube, diese Tech-Speed geht gut ab. Der Schaden ist da. Nice. Okay, der Schaden ist da. Ich habe 7 drinne. Der 8. Könnte das 5. Eiswesen sein. Dann muss ich noch einen dazu bringen. Dafür brauche ich das Item. Ah, ne, passt doch. Also, brauche ich hier noch. Und auf den Garin kann ich verzichten. Genau, genau, genau. Chat, wie mache ich das denn jetzt? Ah, ne, ich mache das so. Chat. Voll auf die Fresse bekommen. Kann ich füchern? Hm. Spatman? Nice. Das ist gut. Das ist gut. Da will ich noch die 5 draus machen. Und da will ich noch die 5 draus machen. Dafür brauche ich die hier auf Level 2. Oder irgendwas. Scheißegal. Und dann noch mit dem und dem Gürtel. Genau, für den 6. Oh, Nummer 1. In einer richtig fetten Ash. Holy shit. Oh, deren Leben wird zu besettet. Mein Leben von meiner Ash auch. Alter, Woli ist einfach so schlecht. Egal, ob du den ja auf Level 5000 hast oder auf Level 1. Er macht einfach gar nichts. Nice. Meine ADCs regeln das. Oh, jetzt aber gegen die Ash. Das wird interessant. Alter, was für ein interessanter Bild er hat mit der Ash. Zwei Bloodthirster und Phantom Dancer. Krass euch. Träbt trotzdem. Das heißt, er weicht ein Critz aus. Und regelt sein Leben. Krasser Typ. Interessanter Bild auf jeden Fall. Ja, mein Plan weiß ich. Ich kann es nochmal kurz sagen. Ich habe jetzt momentan die guten Buff hier von Phantom Bogenschutz. Mega nice. Eiswesen hätte ich gerne noch auf 6. Dafür brauche ich immer noch zwei Eiswesen. Ich finde, der Dysander könnte die 6. sein. Und dann würde ich eben gerne noch den Varus oder die Vane oder so auch noch zum... Wahrscheinlich eher den Varus, damit die Vane noch ein paar Eiswesen hat. Auch noch zum Eiswesen machen. Und dann habe ich eben 6 Stück. Oh, wieder der Typ. Mal gucken, ob ich diesmal besser gewinne. Oh, wieder überlebt die mega lange hier. Interessanter Bild eigentlich von der Ash. Aber jetzt ist sie dauerhaft eingefroren. Kann sich nicht hochhalten und stirben. Nice. Nice, nice, nice. Richtig. Nein, ich bin auswählen. Es ist so cool. Warum ist das so kacke? Nein, ich wollte den Sven. Sven ist Demon. Imperial Shape Shifter, oder? Ist auch egal. Ich könnte auf den machen. Eiswesen. Noch ein. Zack. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich damit gewinne. Das sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Holy shit. Ich habe 6 Eiswesen, 4 Bogenschützen und 2 Phantom. Das ist ziemlich geil eigentlich, würde ich sagen. Ich hoffe, wenn es funktioniert. Dann wäre es ziemlich geil, wenn es funktioniert. Oh, direkt auf den Pike. Das war ziemlich gut, würde ich sagen. Den Phantom Scheiß. Komm schon, mach irgendeinen den Pike kaputt. Komm schon. Warum gestippte Pike nicht? Jawohl, jetzt gestippte. Oh. Nice. Ihn besiege ich auch. Knapp, ob ich besiege ihn. Ich logge doch mal. Ja, genau. Ich mache auch gerade das. Stitcher für Lids. Könnte halt auch funktionieren. Oh. Schaffe ich den hier auch, ne? Sollte passen. Alter, das ist der Typ wieder mit seiner Ash. Mega interessant auf jeden Fall, die Ash. Aber die ist mega nice, Alter. Ja, das war es mit mir. Holy shit. Also bisher besiege ich jeden, gegen den ich hier fighte. Du, was warst mit dir? Bist raus? Damn boy. Okay, wünsch mir Glück. Nein, verreckt, du Arsch. Ey. Ja. Nice, nice, nice. Das sieht sehr gut aus. Der sollte draußen sein. Alter, die Combo läuft. Die Combo läuft richtig gut. Ich bin mal gespannt. Oh, Katharina ist bei mir in der Backline. Komm schon, komm schon, komm schon. Fight it, boys. Fight it. Gutes Kindrette-Ulti auf jeden Fall. Komm schon. Oh. Oh, man. Doch, das gewinne ich. Das gewinne ich. Ach so. Ach, ich habe euch gerade verwechselt. Sorry. Okay. Boah. Okay, das war heftig. Auf Sitchu. Da hat er gut gelackt. Auf jeden Fall. Komm schon, Kindrette-Ulti muss noch raus. Nice. Komm schon, komm schon, komm schon. Oh, die Katharina. Oh, die Katharina. Oh, oh, oh. Ah. Dammit. Das habe ich verloren. Das habe ich verloren. Okay, 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 okay. Oder mal eine Lissandra. Brauche ich aber nicht. Ich brauche Kindrette, ja. Ich brauche unbedingt den Kindrette. Ich stelle noch mal um. Ich stelle noch mal um und gucke, ob es was bringt. Gibt's nicht. Warum gibt's kein Kindrette? Kindrette. Das sind wir drei mal. Okay. Komm schon. Ah, wieder auf meine Frontline. Komm schon. Komm schon, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, komm schon, komm schon, komm schon. Jawohl, jawohl. Das ist er. Das muss es sein. Das muss es sein. Ja. Oh, geil, Alter. Was für eine Kombo, ey. Holy shit. Alter Schwede. Uh. Nice. Alter, das hat gejoggt, ey. Das war eine geile Kombo. Das war eine geile Kombo. ID